Der nächste Titan wurde angekündigt, Leute, ja, Impergator kommt mit dem Terra-Typen Unlicht. Ich habe mir lange gewünscht, einer meiner Lieblingsstarter-Pokémon. Und auch mit dem Terra-Typen Unlicht könnte er vielleicht eine, ja, ganz gute Gefahr gegen uns sein. In dem Video gehen wir einmal durch, was für Fähigkeiten er haben wird, was für Schwächen er haben wird, welche Attacken er haben könnte und dann, ja, vielleicht auch ihr Ideen, was man gegen ihn spielen könnte. Schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Es wird nun mal ein Vorbereitungsvideo geben und ihr wisst, natürlich wird es auch ab Freitag ein Video geben oder mehrere Videos geben, wie man ihn alleine solo besiegen kann. Ja, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein. Also, Impergator ist ja ein Pokémon von Typ Wasser. Jetzt wird er im Endeffekt Wasserattacken haben und er wird jetzt Unlichtattacken haben, weil er ja zum Terra-Typ Unlicht geworden ist. Fähigkeitenmäßig wissen wir, dass ja alle Titanen eigentlich die versteckte Fähigkeit haben. Das heißt, bei Impergator wäre das Ruhegewalt. Ruhegewalt ist im Endeffekt dafür da, der Zusatzeffekt der Attacken des Pokémons werden aufgehoben. Dafür steigt die Stärke der Attacken. Das heißt, wenn ihr Attacken einsetzt, wie zum Beispiel, ihr seht ja hier, Attacken mit Zusatzeffekt werden um 30% verstärkt, dafür wird aber der Zusatzeffekt geblockt. Das wäre auch zum Beispiel, wenn man jetzt eine Attacke einsetzt, die die Gegner paralysieren kann, die ihn verbrennen kann, die ihn einfrieren kann. So Zusatzeffekte gehen nicht, aber dafür werden die Attacken stärker. Und 30% ist bei einem Titanen vielleicht gar nicht wenig. Aber gucken wir erstmal, auf was wir vielleicht achten müssen. Also, er selber hat einen relativ guten physischen Angriff, eine gute physische Verteidigung. Deswegen denke ich mal, dass wir ihn wahrscheinlich speziell angreifen müssen, obwohl der Unterschied sehr, sehr, sehr klein ist. Also, 83 zu 100 in der Verteidigung, es ist relativ ähnlich. Spezial wird natürlich mehr Damage machen, aber es würde jetzt nicht ultra viel mehr Damage machen. Er selber wird sehr wahrscheinlich physisch angreifen, weil ich glaube, das größte Moveset von Impergator ist, glaube ich, physisch. Und, ja, da würde ich sagen, Schwächen, also Schwächen, nur noch gucken, also er ist ein Unlicht-Pokémon. Das heißt, er wird die Schwächen Kampf, Käfer und Fee haben. Das wären die drei Schwächen, die er haben wird. Gucken wir bei Kampf-Pokémon. Kampf-Pokémon haben die Schwächen Flug, Psycho, Fee. Müssen wir uns mal merken, ob Impergator Attacken in diesem Typus kann. Dann, Käfer-Pokémon haben als Schwäche Fluggestein Feuer. Ja, Feuer wird er wahrscheinlich, ja, Impergator hat keine Feuerattacken. Und Fee haben wir Gift und Stahl. So, gucken wir mal, was Impergator so auf uns warten lässt davon. So, gucken wir uns mal das Moveset an. Also, erstmal seine Hauptattacken, die er haben könnte. Er wird sehr wahrscheinlich, wie gesagt, eine Wasserattacke haben und eine Unlichtattacke haben. Wasserattacke könnte physisch zum Beispiel Nassschweif sein. So, das würde zum Beispiel gehen, wir sehen noch, dass er sowas wie Kampfattacken gut im Moveset hat. Knirscher, ich denke mal, Knirscher wird wahrscheinlich der Angriff sein, den er als Unlicht-Pokémon spielt. Weil, hier wären wir bei einem Punkt, dass ja Knirscher verursacht Schaden. Die Verteidigung des Ziels wird einer Wahrscheinlichkeit von 20% Einschufe gesenkt. Das heißt, dass es ja von roher Gewalt getroffen wird. Weil wir sehen, hier ist hier Knirscher dabei. Gucken wir mal, finster Aura. Hier. Ihr seht, Knirscher zielt bei roher Gewalt. Das heißt, Knirscher tut nicht mal unsere Verteidigung senken. Aber dafür ist Knirscher dann halt kein 80er Angriff mehr. Sondern bekommt eine 30% Boost durch rohe Gewalt. Das heißt, ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, dass Impergator in dem Fall Knirscher spielen wird als Unlichtattacke. Ja, Wasserattacke, wie gesagt, kann Nassschweif sein. Es könnte auch rein theoretisch, ja, kalte Dusche würde zwar gepusht werden, weil der Effekt wegfällt. Aber dafür wäre eigentlich Nassschweif immer noch stärker. Ähm, sonst wassermäßig Kaskade würde rein theoretisch gehen. Aqua, Aqua-Durchstoß wäre eine Option. Und das wäre auch, glaube ich, gar nicht so geil, weil Aqua-Durchstoß senkt auch unsere Verteidigung. Und dadurch fällt auch Aqua-Durchstoß in, oder auch Kaskade fällt jetzt aber auch rein, in dieses Raster von rohe Gewalt. Das heißt, Aqua-Durchstoß müsste mehr Damage machen. Wenn ich es jetzt richtig sehe, ähm, in der Liste hier sind so viele Attacken, wenn man die hochhunterscrollt, dass, das, hier, Aqua-Durchstoß. Also auch Aqua-Durchstoß würde im Endeffekt von einer 80er Attacke, nee, sogar von einer, ähm, 85er Attacke einen 30% Boost bekommen. Deswegen denke ich, es wird sowas sein. Kaskade, Aqua-Durchstoß, dass ja voll da drauf geht. Ja, und sonst, was könnt ihr noch als Angriff haben? Also wir hätten beispielsweise Breitseite, einen Drachenangriff, würde auch Reindruckt auch stärker werden. Dann haben wir, gut, Kampfattacken, haben wir auch ein paar dabei. Wir haben eine Bodenattacke mit dabei. Wir haben Eisattacken, obwohl das gerade noch eher spezielle sind. Aber auch das könnt ihr trotzdem ja haben. Wir haben Gesteinsattacken. Jetzt mein Eishieb zum Beispiel, dann wieder eine Eisattacke. Wir haben Psychobeißer, also auch da, ja, könnt ihr ja gut haben. Wir haben Dunkelklaue, also auch eine Geisterattacke. Und ihr seht, wir haben jetzt schon an dem Punkt, wo wir sind, dass wir zu viele Attacken haben. Metallklaue, er hat uns auch einen Stahlangriff. Aeroast, eine Flugattacke. Wir haben also hier ein Moveset, was nicht gerade klein ist. Muss man wirklich sagen, er hat sehr, sehr viele Sachen spielen. Sich selber pushen, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass er sogar Schwerttanz könnte. Dass man sagt, okay, man muss ihn wirklich versuchen, seinen Angriff zu senken. Sonst wird es schwer, weil er kann ja Schwerttanz. Das wäre schon mal eine Sache. Die zweite Attacke weiß ich nicht, was man bei ihm spielen könnte. Kreideschrei macht eigentlich keinen Sinn. Agilität, Krimasse, Silberblick, glaube ich nicht. Druckträne macht keinen Sinn. Schutzschild, glaube ich auch nicht. Regentanz eventuell für seine Wasserattacke. Wenn er Fokus darauf legen würde, würde das gehen. Aber ich glaube irgendwie an Schwerttanz. Drachentanz würde natürlich auch funktionieren. Ja, sonst hat er eigentlich gar nicht so viel. Brüller, Groll, Fluch eventuell, um seine Verteidigung zu erhöhen. Das wäre natürlich auch eine Option, dass er Fluch und Schwerttanz kann. Wir hatten ja Pokémon schon, die doppelten Push-Attacken konnten. Ja, also wenn wir auf die Schwächen nochmal zurückgucken. Also, er hat ja Kampfkäfer und Fee. Okay, gucken wir uns die Feen-Pokémon an, haben wir gesehen. Gift hatte er nicht, meines Erachtens. Aber er hat eine Stahlattacke. Das heißt, man müsste auf jeden Fall gucken, weil ich glaube, Gift war ja nicht dabei. Ähm... Flauder-Attacken sieht man manchmal nicht. Nee, also Fee könnte rein so ein bisschen knifflig werden, weil er Stahlattacken hat. So, dann gucken wir bei Käfer. In Käfer haben wir Flug und wir haben Gestein dabei gehabt. Das heißt, wenn er Flug- und Gesteinattacken haben könnte, wir reden mal hier von könnte, könnte auch Käfer ein Problem bekommen. Gucken wir bei Kampf. Ups, da wollte ich nicht drauf so. Ich wollte bei... Nein, zwei zurückgegangen. Ich gucke immer über Arceus, finde ich am entspanntesten, weil man einfach hier unten die Typen durchklicken kann. Ähm, so. Und Kampf-Pokémon haben eine Flug- und eine Psycho-Schwäche und Fee. Wir haben gesehen, er hat da Eroas und er hat Psycho-Beißer. Das heißt also, auch rein durch, hätte er aktuell gegen alle seine drei Schwächen eine Schwäche, also eine Stärke, die funktioniert. Und das wiederum macht es jetzt für die Vorbereitung schwer. Weil, was wird er haben? Also ich, meine Prediction, aber wie gesagt, das ist rein nur was, was ich denke, ist, er wird, klar, Knierche haben, das würde ich sagen, safe. Ich gehe von aus, er wird wahrscheinlich Aqua-Durchstoß besitzen. Dann glaube ich, dass er Eiszahn kann oder Eishieb, eins von beiden. Und ich glaube, er wird Psycho-Beißer haben. Ich glaube irgendwie, dass sie ihm das geben. Und ich glaube, als letzten Angriff würde ich fast sogar ganz random sagen, Metallklaue. Damit würde in meiner, in meiner Überlegung würde im Prinzip Kampf rausfallen wegen Psycho-Beißer und es würde Fee rausfallen wegen Metallklaue. Und in meiner Rechnung würde rein theoretisch nur Käfer übrig bleiben. Und ob das am Ende so passiert, ist halt eine reine Schario-wünscht-sich-Sache. Aber ich sage nur, also es ist auf jeden Fall aktuell sehr, sehr schwer zu sagen, was er haben kann. Außer es gibt ein Pokémon, was halt Fee ist und dann zum Beispiel keine Metallschwäche so richtig hat und auch keine andere Schwäche bekommt. Natürlich gibt es ja auch immer diese Typen-Kombinationen, die gewisse Typen oder gewisse Schwächen wegblenden, weil sie halt eine Kombi haben. Natürlich, diese kann ich jetzt nicht genau alle auswendig im Kopf wissen. Deswegen, es wird bestimmt auch Pokémon geben, die auch das überleben würden oder safe würde es Taktiken geben. Ich sage, wenn ihr Vorschläge habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich werde mich jetzt mal die nächsten ein, zwei Tage dran setzen und werde ein Video hochladen für den Mittwoch, wo wir uns mal genau angucken, was er haben könnte, welche Pokémon gehen könnte dementsprechend. Und ich war mir mal ein paar Gedanken für ein paar, die man vorbereiten kann. Wie gesagt, wer warten will, gerne bis Freitag, weil dann gibt es dann halt dieses Video, wie man ihn solo besiegen kann. Wird auch mehrere geben für Leute, die mit DLC, ohne DLC, mal Legi, wenn eins geht. Ich probiere eh mal so ein paar Taktiken aus. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und ciao.